Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute einem wunderbaren Tag, der sich ganz einfach der Kennenlern-Tag nennt. Denn ich wurde von der lieben Fabienne getaggt. Das ist schon ein ganzes kleines Weilchen her. Leider bin ich dazwischen krank geworden, aber ich habe mich sehr gefreut, dass sie mich getaggt hat. Ich packe den Kanal von Fabienne und auch das Video von ihr unten in die Infobox. Auch von mir eine absolute Kanalempfehlung, wenn ihr sie noch nicht kennen solltet. Schaut hier gerne mal bei ihr vorbei, gerade wenn euch Japan oder auch asiatische Kultur und auch Bücher interessieren, seid ihr bei ihr absolut richtig. Es sind ein paar Fragen, ich glaube 10 an der Zahl. Ich gucke mal hier auf mein Tablet. Und ja, ich denke, die besprechen wir jetzt einfach so nach und nach. Die erste Frage lautet, lebst du immer noch in deiner Geburtsstadt? Und ja, ich wohne noch genau da, wo ich auch geboren bin. Mittlerweile bin ich einmal umgezogen, nämlich jetzt da, wo ich wohne sozusagen, habe aber vorher 28 Jahre auch in der gleichen Wohnung gewohnt. Und bin jetzt vor 11 Jahren tatsächlich schon 11 Jahre hierher gezogen in ein Zweifamilienhaus. Und mit wunderbarem Garten und viel Ruhe und Entspannung und ganz viel Platz. Und ja, das war eine sehr gute Entscheidung. Ich mag meine Geburtsstadt sehr gerne. Es ist jetzt keine aufregende große Stadt, aber so für meine Bedürfnisse absolut ausreichend. Irgendwann wird es mich ans Meer ziehen, aber das hat noch 10 Jahre Zeit. Zweite Frage. Welches ist deine Lieblingsblume? Lieblingsblume? Und hier tue ich mir sehr schwer, denn ich liebe viele Blumen. Also wenn ich mich hier im Raum umschaue, ich liebe meine Monstera, wenn es um Zimmerpflanzen geht, sehr, sehr gerne. Ich mag meinen Elefantenfuß. Ich mag ja auch Palmen jeglicher Art. Also ich bin ein großer Freund. Draußen in der Natur liebe ich Pfingstrosen, besonders wenn sie im Garten das Blühen anfangen. Ich liebe Tulpen. Die finde ich super schön. Habe ich auch ein paar gefüllte Tulpen im Garten. Ich mag tatsächlich vieles, wenn es einfach im Garten blüht, wenn der Garten bunt ist und wenn man die Blumen da lässt, wo sie sind. Im Spätsommer, Herbst kommen ja dann auch noch die Gladiolen. Die liebe ich auch sehr und ich bin auch ein großer Fan von Sonnenblumen. Wir versuchen uns dieses Jahr in so XXL-Sonnenblumen, die irgendwie einen Durchmesser von 40 cm haben sollen. Ja, gucken, ob das glückt. Aber ich mag es in der Natur schon, wenn es bunt ist, wenn es blüht, wenn Blumen erwachen. Ich mag auch Blumen, wenn man sie mir schenkt. Gar keine Frage. Da finde ich dann auch wirklich mal Rosen schön oder wirklich so einen schönen Tulpenstrauß. Aber am schönsten sind Tulpen doch irgendwie in der Natur, wenn man ihnen da dann irgendwie über den Weg läuft. Dritte Frage. Hast du ein Haustier? Ja, mit mir zusammen sozusagen wohnen vier Katzen, mehr oder weniger. Eigentlich müsste ich wahrscheinlich so dreieinhalb sagen, weil unsere Katzen sowohl oben wie unten wohnen. Angefangen mit der lieben Flummi, die jetzt auch schon elf Jahre wird. Weitergehend mit Sunny, da muss ich überlegen, acht Jahre könnte es sein. Und ja, acht Jahre, das kommt schon hin. Luna und Samen haben wir jetzt knapp eineinhalb Jahre. Luna wird im Mai, ich glaube drei. Und Samen wird dieses Jahr zwei im Sommer. Und ja, ich möchte keine davon hergeben. Also gar keine Frage. Ich liebe Katzen. Hätte ich keine Katzen und wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit, hätte ich wahrscheinlich auch noch einen Hund. Mal gucken, was da vielleicht die Zukunft noch bereithält. Aber ja, vier Katzen, die schon so ihr Zuhause irgendwie oben oder unten haben. Aber es durchaus eben auch vorkommt, dass sie woanders einfach zu Gast sind. Und ja, das ist auch vollkommen okay so. Vierte Frage. Bist du Links- oder Rechtshänderin? Ja, ich bin absolute Rechtshänderin. Außer wenn es darum geht, das Auto zu lenken. Das kann ich auch mit Links. Das finde ich immer so lustig, dass man eigentlich mit Links gefühlt nichts kann. Aber wenn es darum geht, das Auto zu lenken und irgendwie mit der rechten Hand zu schalten, dass dann mit Links das gefühlt relativ gut geht. Aber alles andere mache ich tatsächlich mit der rechten Hand. Es gehen ein paar Dinge auch mit Links wie Zähneputzen, wie Schere schneiden oder solche Dinge. Das kann ich auch mit Links. Aber sonst, ja, absolute Rechtshänderin. Fünfte Frage. Hast du einen Führerschein? Ja, auch den habe ich fürs Auto. Den habe ich auch mit, kurz nachdem ich 18 war, gemacht. Und habe auch ein Auto. Ich weiß nicht, ob das noch eine Frage wird. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich fahre einen VW ab. Den ich sehr, sehr liebe und der mir sehr gefällt. Der perfekt ist für die Dinge, wo ich eben auch irgendwie ein Auto brauche. Und ich bin ja so gar kein Freund von öffentlichen Verkehrsmitteln. Über die Nachhaltigkeit lässt sich hier bestimmt streiten. Aber ja, ich habe ein Auto und auch einen Führerschein. Sechste Frage. Spielst du ein Musikinstrument? Leider nein. Also ich habe früher mal irgendwann Blockflöte gelernt. Wir hatten auch irgendwie mal so ein bisschen Gitarrenunterricht in der Schule. Aber ich kriege das auch gar nicht mehr zusammen, warum das dann aufgehört hat. Ich wollte immer Klavier spielen. Mache meinen Eltern einen großen Vorwurf, dass ich das nie durfte, nie konnte. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das so dann zustande kam. Aber so die Vorstellung, dass man jetzt hier irgendwie ein Klavier hätte und damit so ein bisschen spielen könnte. Das wäre sehr schön. Ja, ich kann mir vorstellen, warum man das als Eltern nicht so gut findet. Aber ja, leider nein. Also hätte ich tatsächlich gerne vielleicht auch Gitarre tatsächlich, dass man einfach so vor sich hin ein bisschen singt und Gitarre spielt. Ja, ich kann leider auch nicht sehr gut singen, aber ich mache es sehr gerne. Und es hat mir in den letzten Wochen sehr, sehr gefehlt, dass es stimmlich nicht so möglich war. Aber leider kein Musikinstrument. Siebte Frage. Wie lange betreibst du deinen YouTube-Kanal? Also der Kanal Lady of the Books wird dieses Jahr im Juni, Juli zehn Jahre alt. Und das ist tatsächlich ganz schön verrückt. Denn meinen ersten Kanal, der wäre dann ja locker wahrscheinlich schon 15, 16 Jahre alt. Wahrscheinlich eher so 15. Ich hatte vorher einen Beauty-Lifestyle-Kanal, wo es wirklich Schmink-Tutorials gab, Aufgebraucht-Videos, Limited-Editions-Vorstellungen, verschiedenste Shopping-Halls. Keine Ahnung, was ich da alles vorgestellt habe. Und dann haben sich irgendwann so die Bücher mit reingemischt und dann hatte ich beides auf dem Kanal. Dann habe ich irgendwann gedacht, das ist irgendwie komisch, dass so ganz unterschiedliche Themen irgendwie auf einem Kanal war. Das hat sich irgendwie nicht gut angefühlt. Und dann ist ja der Bücherkanal immer mehr gewachsen. Und dann hat für mich auch irgendwann mal so ein bisschen der Minimalismus zugeschlagen in meinem Kopf. Und ich habe keine Lust mehr gehabt, Produkte ständig zu kaufen, ständig zu testen. Was ich hier wirklich gelagert hatte, das war wirklich verrückt. Also man kann es auch positiv verrückt sehen. Aber ich habe mich irgendwann nicht mehr wohl gefühlt, hinter jeder Limited Edition her zu sein. Und diese vielen Oberflächlichkeiten. Ich gucke Beauty-Kanäle heutzutage immer noch sehr gerne. Besonders, wenn es dann halt auch mal noch so ein bisschen mehr gibt, als nur ich habe eingekauft. Aber ja, irgendwann ist dann der Kanal auch immer weniger geworden. Irgendwann hat er irgendwie pausiert. Und dann dachte ich, ach, diese Uralt-Videos mit nicht so guter Qualität kann man dann auch einfach mal privat stellen. Und dann habe ich auch irgendwann den Kanal vor vier, fünf Jahren habe ich den dann auch im Grunde gelöscht. Und ja, man muss den ja auch immer noch betreiben. Man muss da Adressen und so weiter hinterlegen. Und das fand ich dann einfach blöd für einen Kanal, wo man nichts mehr macht. Vor allem, weil ich ja dann auch zwischen den Kanälen immer hin und her geswitcht bin. Also war ich in der Bücherwelt unterwegs, habe ich den Kanal genutzt. War ich in der anderen Welt unterwegs, den anderen. Und irgendwann war mir das einfach zu doof. Aber der Kanal hier zehn Jahre und der andere vielleicht fünf, sechs Jahre länger. Ich kann das gar nicht mehr ganz so genau sagen. Aber schon Wahnsinn. Also wenn man so darüber nachdenkt, wie lange das schon so geht. Achte Frage. Über welches Buch hast du zuletzt intensiv nachgedacht? Also ich denke über viele meiner Bücher intensiv nach. Was mich so ein bisschen, vielleicht jetzt in letzter Zeit besonders nachhaltig, ja, überhaupt grundsätzlich, wahrscheinlich, weil es an dem Autor liegt, ist Mission Erde von Robert-Marc Lehmann. Auch ein Highlight aus dem letzten Jahr. Vielleicht ist es nicht nur das Buch, was mich nachhaltig verändert hat, sondern auch, wie leidenschaftlich er für den Tier, für den Umweltschutz brennt. Und das in mir auch wieder so ein Feuer entfacht hat, weil ich gemerkt habe, diese Resignation, die ich viele Jahre gespürt habe, dass das nicht die Lösung ist. Also für mich. Und ich hier schon gemerkt habe, dass ein Umdenken in mir ja angetrieben ist, dass ich auch mal wieder so ein bisschen Energie bekomme, Dinge zu teilen, Dinge oder Missstände darauf aufmerksam zu machen und einfach meine Stimme für die zu erheben, die es eben nicht können. Was dann eben in der Regel eben die Tiere sind. Und ich glaube schon, dass das ein Buch ist, was nachhaltig was in mir wieder angezündet hat, sodass ich eben sage, okay, ich möchte darüber sprechen, ich möchte das teilen, ich möchte nicht ruhig sein und ich möchte mich für den Tierschutz einsetzen. Und das nur im ganz kleinen Rahmen, das ist gar keine Frage, aber wenn man nur einen irgendwie bekehrt, dann ist das einer mehr als vorher und das finde ich immer wichtig. Und deswegen ist es wahrscheinlich so, dass dieses Buch, das jetzt allerdings hier drüben steht, aber ich blende es euch ein, zusammen mit dem YouTube-Kanal, mit dieser Leidenschaft, die Robert Mark Lehmann eben hat und ausstrahlt, ja, glaube ich, dass das so das Buch ist, was mich, ja, jetzt wirklich so ein bisschen noch mehr zum Nachdenken gebracht hat und auch mehr zum Umdenken. Also, dass Schweigen eben nicht hilft, wie in ganz, ganz vielen Fällen. Neunte Frage, nenne ein Buch, das du schon oft gelesen hast. Ja, da gucke ich auch gerade aus. Ich glaube definitiv, dass die Harry-Potter-Reihe die Reihe ist, die ich am meisten gelesen habe, vielleicht dicht gefolgt vom Herrn der Ringe. Ähm, das, ja, ich glaube tatsächlich, dass Harry-Potter so das Buch ist, was ich am meisten gelesen habe. Unten drunter steht dann, ich bin dann mal weg von Harpe Kerkeling. Ich glaube auch, dass das ein Buch, weil ich es ja in den letzten zehn Jahren, wie lang ist das schon her, bestimmt auch, ja, jedes zweite Mal, jedes zweite Jahr gelesen habe, gehört habe. Also auch das wird ein Buch sein, was ich vergleichsweise häufig schon gelesen habe, aber ich würde schon sagen, dann, gerade wenn ich noch zu Beginn an Harry-Potter denke, bevor der nächste Band kam, hat man die anderen davor gelesen, dementsprechend, ja, und dann ist man ins Kino, dann hat man sie nochmal gelesen, jetzt kommen die illustrierten Ausgaben, jetzt hört man die Bücher. Ja, also es ist wohl definitiv Harry-Potter, also diese ganze Welt und dann theoretisch wahrscheinlich der erste Teil, weil der ja immer mitgelesen wurde. Ja, wer hätte das gedacht? Ja, zählte Frage, wer ist dein Lieblingsautor, deine Lieblingsautorin und welches Buch von ihm, ihr würdest du zum Einstieg empfehlen? Also ich glaube, alleine wenn ich so nach hinter mir gucke, muss es wahrscheinlich Adriana Popescu sein, denn ich habe Gefühl, wirklich von ihr so ziemlich jedes Buch, jeden Roman. Hier stehen ihre Jugendbücher, die man nicht so gut sieht, wegen Winnie-Pooh und Ariel, aber so müsste man es jetzt ganz gut sehen. Hier unten verdeckt sie ein paar Osterhasen. Ja, viele, viele Jahre lese ich jetzt schon die Bücher von Adriana. Ich habe mit Lieblingsmomente angefangen und würde das wahrscheinlich tatsächlich auch für den Einstieg empfehlen. Es war eine Geschichte, eine Liebesgeschichte, die locker, leicht und schön war, die mir gut gefallen hat, die ich unbedingt auch nochmal lesen möchte. Vielleicht nimmt man sich ja das für dieses Jahr vor. Von den Jugendbüchern, glaube ich, tatsächlich fand ich am schönsten, das ist so schwierig, Morgen irgendwo am Meer oder auch ein Sommer und vier Tage, das hat mir im letzten Jahr super gut gefallen. Und von den Erwachsenenbüchern, ja, Zeilen ans Meer war natürlich auch im letzten Jahr toll. Und da Sarah Fischer hat sie da geschrieben, weil wir da so einen Briefroman haben. Aber natürlich auch goldene Zeiten im Gepäck. So diese Geschichte mit der alten Frau, die auch sowas in der Vergangenheit erlebt hat und eine Junge, die jetzt so durch Europa rumfährt, fand ich wahnsinnig gut. Ja, also es ist schwierig, da ein Buch auszuwählen. Aber ich würde Adriana Popescu jeden in jeder Lebenslage eigentlich empfehlen und glaube tatsächlich, dass das so die Autorin ist, die ja auch nachhaltig sozusagen hier im Regal steht. Wenn ich jetzt über Autoren nachdenke, also ich würde sagen prägt. In der Fantasy hat mich natürlich Tolkien, da ist das Regal auch dementsprechend groß. Ja, das ist es tatsächlich wahrscheinlich sogar. Also, dass ich einfach sage, Tolkien hat für mich so eine Welt von Fantasy aufgemacht. Der hat natürlich auch die Messlatte sehr hoch gelegt. Aber wie man eine Welt beschreiben kann, wie man Charaktere schaffen kann, wie man auch Graunuancen zwischen Gut und Böse schaffen kann und wie man wundersame und tolle Wesen erschafft. Also ich glaube, da ist Tolkien schon groß. Und ja, zum Einstieg, also ich würde sagen, Der Herr der Ringe geht immer. Aber ich glaube vielleicht, dass Der Hobbit tatsächlich einfach ein bisschen leichter ist. Und dann, der steht allerdings ein Stockwerk tiefer, natürlich Stephen King. Also das kann ich gar nicht leugnen. Ein Autor, den ich auch schon 25 Jahre, das reicht gar nicht, lese. Den ich liebe, den ich für seine ganz unterschiedlichen Geschichten feiere. Egal, ob es Horror ist, Grusel ist, Science Fiction ist, ob es, ja, einfach auch ein Roman ist, ob es ein Thriller ist, ein bisschen Krimi-mäßiger ist. Ja, einfach ein Autor, den ich großartig finde. Und ja, Einstiegsgeschichte ist immer schwierig, weil der Anschlag ist mein absoluter Favorit. Das ist natürlich ein wahnsinniger Wälzer. Der Green Mile ist großartig, ist aber gar kein klassischer King, wie ich finde, aber der ist richtig, richtig toll. Ja, viele empfehlen ja Carrie und auch, dass man die Bücher der Reihe nachliest. Ich glaube, das muss man nicht, vielleicht fängt man auch mal mit Kurzgeschichten an. Also es gibt da schon allerhand zu entdecken. Aber ja, also ich glaube so, jetzt habe ich natürlich lange da drum herum geredet. Aber ich würde sagen, Popescu mit Tolkien und King, ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung. Und am Ende darf ich jetzt auch noch ein paar Leute taggen. Und ich tagge natürlich jeden, der einfach Lust dazu hat, weil ich tatsächlich so ein bisschen den Überblick verloren habe, wer den Tag schon gemacht hat. Vielleicht die Mädels vom Hörgenuss, vielleicht auch die liebe Anka, wenn sie Lust dazu hat. Ja, wer sich da irgendwie, wer Lust und Laune hat, den Tag zu machen, der ist da natürlich herzlich dazu eingeladen. Aber da ich eben auch einfach nicht auf dem Schirm habe, wer ihn vielleicht schon gemacht hat. Hier spielt das Licht so ein bisschen verrückt, aber das ist nicht schlimm. Ja, darf sich natürlich jeder getaggt fühlen. Und wenn ihr Lust habt, unten in den Kommentaren mitzumachen, ich packe die Fragen unten in die Infobox. Also wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal vorbei und beantwortet die ein oder andere Frage und lasst uns da in den Austausch gehen. Da würde ich mich auf jeden Fall auch sehr, sehr freuen. Und ja, das war es jetzt von mir. Das war der Kennenlern-Tag. Ich hoffe, ihr habt vielleicht ein bisschen neue Informationen über mich jetzt gesammelt. Und ich habe auch die ein oder andere Frage vielleicht beantwortet, die ihr euch eh schon immer gestellt habt. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.